Ihr habt sicher schon Namen gehört, die man heut noch als Maler so hoch verehrt. Euch sind Rembrandt und Rubens bekannt und sie malten alle im Flandernland. Einer wollte so werden wie sie, so ein unvergessliches Malgenie. Was man heut noch in Flandern erzählt, sind die Abenteuer, die er erlebt. Niklas, der Junge aus Flandern, Niklas, der Junge aus Flandern. Wir wollen heut wieder ein Stück mit dir gehen, wir wollen dich und deine Zeit verstehen. Niklas, der Junge aus Flandern, Niklas, der Junge aus Flandern. Wir warten gespannt, was heut wieder passiert. Ob er gewinnt oder verliert, Niklas.